KTV Technology transferiert innovationlos der Raumfahrt auf die Erde zum Wohle der Menschheit. Das Image und der wirtschaftliche Erfolg von Unternehmen wird in Zukunft davon abhängig sein, wie nachhaltig sie agieren. Die Herausforderung ist dabei, nachhaltige Lösungen zu implementieren, die gleichzeitig die Effizienz steigern. Mit den Technologien Smart Valves, Titan Matrix Composites und Vakuumlaserschweißen werden Emissionen, Pestizide und Ressourcenverschwendung reduziert. Die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen, Hüftimplantaten sowie Eheantrieben wesentlich verbessert. Immer mit einer Effizienzsteigerung verbunden. Ich bin Wolfgang Teichmann, bin einer der Gründer von KTV Technology. Wir sind ein Start-up, gegründet wurden wir im Oktober 2017. Und zwar sind wir Zusammenschluss aus mehreren Ingenieuren, die aus der Raumfahrt und aus der Formel 1 kommen und Managern aus der Wirtschaft. Unsere Lösungen zählen auf Märkte, die häufig auch als Zukunftsmärkte bezeichnet werden und darüber hinaus auch großes Wachstumspotenzial aufweisen. Flüssige Nahrungsmittel, Wasserstoff und Druckluft sind nur ein kleiner Ausschnitt der für uns relevanten Märkte. Wir steigern die Umweltverträglichkeit von Produktionsanlagen und Prozessen. Unsere Produkte senken den Energieverbrauch und reduzieren somit die CO2-Emissionen. Unser TMC ermöglicht deutliche Gewichtseinsparungen bei hoch beanspruchten Bauteilen. Mit unserer Technologie kann die Lebensdauer sensibler Elektronikkomponenten deutlich gesteigert werden. Unsere Produkte stehen für einen hohen Kundennutzen. Wir verkaufen Komplettsysteme, welche bei unseren Kunden die Komplexität und Kosten reduzieren, die Effizienz erhöhen und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil generieren. Sie erwischen einen optimalen Zeitpunkt für ein Investment. Die Lösungen haben sich bereits in der Luft- und Raumfahrt bewährt. Ein Großteil der Forschung und Entwicklung ist abgeschlossen und erste Vertriebskanäle sind schon erschlossen. Es gibt bereits verkaufsfertige Produkte und der Markteintritt hat begonnen. Wir Menschen können großartige Dinge erreichen. Mit Hochtechnologien schießen wir Raumsonden auf entfernte Planeten und neuerdings auch Touristen ins All. Doch welchen Nutzen hat die Menschheit und unsere Erde davon? Teflonpfannen und Kugelschreiber, die an die Decke schreiben können? Das kann und das darf es nicht gewesen sein. Innovationen, die die KTW-Ingenieure einst für die Raumfahrt entwickelt haben, helfen nun dabei, die Erde ein Stück besser zu machen. Dem Leitsatz Spacetech for Planet Earth folgend unterstützen unsere Lösungen 7 der 17 Ziele der Vereinten Nationen zur nachhaltigen Entwicklung und gleichzeitig erhöhen sie die Wirkung der Anwendung. Darauf sind wir besonders stolz. Es ist unsere Überzeugung, dass insbesondere technologischer Fortschritt dabei helfen wird, die dringenden Fragen der Menschheit zu lösen. Investieren Sie jetzt und gemeinsam erreichen wir diese Ziele. diese Untertitel an einst wie Fortschritt Officially das Imponbury Messer gibt. um wiederum, wiederum, schnellのは x2